Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei East Origins und wir haben wieder mal einen Ruh vor uns, mit dem wir sprechen können, aber das machen wir wie immer in der Dämonenform. Ich kann nicht glauben, dass ich über diese Kante gefallen bin. Ich bin so hungrig. So hungrig. Oh wehe mir. Wehe, sagte ich. Okay, der ist dramatisch. Ich wünschte, jemand würde mir was zu essen bringen. Äh ja. Der Ruh scheint hungrig zu sein, das hat uns gerade gesagt. Sieht so aus, als hättest du dich an einen schlechten Ort gebracht. Ja, wir geben dem Ruh die Roderfrucht. Danke dir. Ich habe keine Wörter, um dir meine Dankbarkeit zu sagen. Ich hoffe, du akzeptierst diese Kleinigkeit als Dank dafür. Demon Greaves. Ja, neue Schuhe. Die Schuhe macht vor der Rüfsung. Das ist sehr freundlich von dir. Ich werde sie gut benutzen. Danke dir. Haha, nichts zu danken. Ich bin, man könnte mich als Gourmet unter uns Ruhs bezeichnen. Aber selbst für mich gibt es nichts besseres als eine Roderfrucht. Die sind so süß und saftig. Wenn die anderen Dämonen nur diese Freude kennen würden, dann wären sie vielleicht nicht mehr so böse. Ja, sehr schöne Informationen von dem Roh und wir ziehen die Stiefel gleich an, denn damit können wir besser über Treibsond gehen. Genau, wir sind wieder außerhalb vom Balkon und hier fließt Sand herunter. Noch ein Anzeichen, dass wir den Silent Sands sind. Und mal wieder eine Zwischensequenz. Ich bin nicht alleine. Ja. Hm. Ein Hinterhalt. Eure Kraft wird mich nur füttern. Ja, leider nicht. Auch wenn wir sie sehr schnell ausgeschaltet haben. Und sie jetzt auf einmal wo wir ganz woanders liegen. Was zur Hölle sind diese Dinger? Egal wie viele ich besiege, ich kann nicht ihre Kraft absorbieren. Was? Ja, sie stehen einfach wieder auf. Verdammt. Sieht so aus, als ob Dallas mit den Untoten im Bunde wäre. Und das war das Silberglöckchen. Was? Ah, so wie es aussieht, hat er seinen Zweck erfüllt. Hm. Ja, da ist Rhea mit der schwarzen Perle. Es ist lange her, Toll. Ich habe dich nicht mehr seit dieser schicksalhaften Nacht gesehen. Es ist lange her. Aber jetzt bist du hier, Rhea. Du hast mir sehr viel Zeit erspart, dadurch, dass du hergekommen bist. Ja, ich bin froh, dass ich dir hier helfen konnte. Es gibt etwas, was wir besprechen müssen. Eine Diskussion, die ich mit dir offen hier besprechen muss. Und was soll das sein? Wahrscheinlich geht es um die Gefangennahme von Fina, oder? Nein. Es ist wegen dem Tag dieser Nacht, als du auf der Oberfläche zurückgeblieben bist, ohne ein Wort zu uns zu sagen. Also. Es war, nachdem das Ritual beendet war, und der Schreien sich in die Luft erhob, dass ich von dir gehört habe, was aus dir uns sauer geworden ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie Fina und ich um dich getrauert haben. Unser bester Freund verschwand in die Nacht. Verloren in diesem verfluchten Land, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Wir begannen zu denken, dass unsere Freundschaft, alles, was wir zusammen durchgestanden haben, eine Lüge gewesen ist. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe es getan, weil ich mich hier um euch gesorgt habe. Da hat sie. Da hat sie ihn aus der Reserve gelockt. Du glaubst das alles selber, hm? Nee, halt. Ach, sie hat gesagt, ach, du hast mir das abgekauft. Also, ich bin keine Schauspielerin. Also dachte ich, mein Auftreten wäre vielleicht ein bisschen naiv. Oder tollpatschig vielleicht. Hm. Na. Ich war, habe damit angefangen, meine Gedanken über dieses, über diese Tat, über das, was war, zu überdenken. Vielleicht war es eine Lüge. Ich bin immerhin ein Verräter für Ys jetzt. Ich habe die dämonische Kraft akzeptiert und sogar deine Schwester entführt. Und das wird nicht die, das letzte, die letzte meiner Missetaten sein. Jetzt, da ich dich und die schwarze Perle in Sicht habe, kann ich dir nicht erlauben zu entkommen. Aber ich gebe dir eine Chance, dich zu ergeben. Wirst du mit mir kommen ohne Widerstand? Nein, werde ich nicht. Ich kann nicht. Ich kann dich nicht so sterben lassen. Hm? Also hatte ich recht. Dein Gesichtsausdruck ist immer einfach zu erkennen, mein lieber Toll. Was für ein Unsinn redest du da? Warum würde ich mich selber töten lassen? Um die dämonische Essenz zu töten, würde ich denken. Äh, zu zerstören, würde ich denken. Aber es wird nicht funktionieren. Die Essenz stammt von der schwarzen Perle. Solange die schwarze Perle nicht zerstört wurde, würde die Essenz auch bleiben. Und die schwarze Perle ist ein Schatz, der vor langer Zeit erschaffen wurde, im Zeitalter der Götter. Kein Mensch, nicht mal ein heiliges Wesen, kann sie so einfach zerstören. Was nicht bedeutet, dass es unmöglich ist, natürlich. Deine Methode wäre nicht genug, um es zu erreichen. Nur dadurch, dass du immer mehr Kraft absorbierst, und dann mit der dämonischen Essenz komplett verschmelzt, kann niemand, kein Mann, keine Frau, kein Gott hat die Fähigkeit, die schwarze Perle zu zerstören. Aber das wäre nichts außer ein schneller Selbstmord. Immerhin wären du und die schwarze Perle eins und dasselbe, dann hängt eure Existenz voneinander ab. Und wenn du deine Quelle des Lebens auslöscht, wirst du selber ausgelöscht. Sicher und komplett. Hör dir deine Geräte doch nur mal an. Denkst du, das hier ist ein Schauspielakt? Jetzt mach da einen auf dicke Hose. Schau mich gut an. Schau an, was ich geworden bin. Der Toffekt, den du kennst, ist an diesem Tag gestorben. Der Mann, nein, der Dämon, der ich nun bin, wird nur von der Lust nach Macht angetrieben. Mit dem Willen, ganz East zu beherrschen. Die dämonische Essenz hat mir gegeben, was ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Warum sollte ich mir wünschen, bitte Toe, tu das nicht. Ich weiß, wie schwierig es ist, für dich ist, diese Form aufrechtzuerhalten. Erinnerst du dich, was du vorher zu mir gesagt hast? Du sagst, ich wäre nur halb perfekt. Und dass es idiotisch ist, mich immer mehr anzutreiben. Manchmal musst du deine Fehler akzeptieren und Hilfe von denen annehmen, die sich um dich sorgen. Das ist nichts, was du sagen kannst, wenn du halb perfekt bist, natürlich. Du hast noch nie halbe Sachen getan, wie es scheint. Aber du solltest deinem eigenen Rat folgen. Ich sehe nicht, wie du irgendwelche Hilfe akzeptierst. Ich sehe nur, wie du deine Grenzen überschreitest. Also, warum sagst du mir da nicht? Sagst du es mir da nicht? Warum sagst du mir nicht, wie du die dämonische Essenz eingesperrt halten willst in der schwarzen Perle? Als ich diese Kraft akzeptiert habe, konnte ich die wahre Natur der Essenz sehen. Du könntest sagen, ich habe sie gefühlt. Es war wie eine chaotische, flackernde Flamme. Sowohl wunderschön als auch zerstörend. Im gleichen Maße. Dämonen und Dunkelheit erschaffend. Wenn es so eine einfache Aufgabe wäre, sie zu kontrollieren. Gäbe es keine Zweifel, dass ihr zwei es schon lange getan hättet. Diese ganze Sache wäre vorbei gewesen, als die ersten Dämonen ihre hässlichen Köpfe gezeigt hätten. Du hast definitiv irgendeinen Plan in der Hinterhand. Oder wärst du sonst nicht hier? Also, was ist das? Was für einen Plan hast du dir ausgedacht, der so drastisch ist, dass es dich und deine Schwester dazu getrieben hat, sich in diesen höllischen Abyss zu treiben? Ich weiß, es gibt etwas, was du mir nicht sagen willst. Etwas, das du versteckst. Hm. Es tut mir leid. Ich kann es nicht sagen. Ich werde es nicht. Nicht zu dir. Oh, da haben wir die Silberglöckchen. Genau. Hm. Nimm sie an als ein Dankeschön dafür, dass du mir diese Harmonika gegeben hast. Behalte sie bei dir. Du wirst froh darüber sein. Reha. Wenn wir es schaffen, die dämonische Essenz zu versiegeln, haben wir das Schlimmste der Krise hinter uns. Und du bist frei von diesem Fluch, den du selbst auf dich genommen hast. Also bitte ich dich, halte dich zurück und überlasse alles uns. Sie kann mich nicht so sterben lassen. Sie hat leicht reden. Der Blick in ihren Augen war der einer Frau, die gewillt ist, jedes Schicksal zu akzeptieren, dass sie ereilen wird. Und in diesem verfluchten Turm ist der Tod wohl das wahrscheinlichste Ende. Vor allem wenn. Warte, natürlich, das muss es sein. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Warum ist es mir nicht früher in den Sinn gekommen? Ich muss mit Fina reden. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, mir zu bestätigen, wie sie die dämonische Essenz versiegeln wollen. Und warum sie auf die Oberfläche gekommen sind, um das zu tun. Der Rados Anix ist nicht weit von hier entfernt. Ich hoffe, ich kann mit dir alleine sprechen. Ja, aber bevor wir weitergehen, gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich.